So, wir kommen zurück in Part 5 des Let's Plays. Weiter geht's. Kerzen, würde ich mal sagen... Man versucht uns einzuladen. Dann habe ich jede und jeder, und ich sie in den Bösen. Ich in die Kreese, und dann, als die Sonne warst, ich sette die Fliege zu sail. Schattet in 21 Stück, ich sie in die Atlantik zu verschenken. Und ich satt hier, bis ich alle sehen, sinken. Okay, hier kommen die Papierschiffchen schon mal her. Oh, wir wissen mittlerweile, was dem guten Herren hier widerfahren ist. Oh Gott. Ich will nicht ins Wasser. Was ich? Come back. Oh. Ach. War nicht mehr auch nicht sofort ersichtlich, wo man lang gehen muss. Aber wir scheinen uns diesem Leuchtmast da hinten immer weiter zu nähern. Und vor allen Dingen habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir gleich dieser Person begegnen, die da oben rumsteht. Ohne wir zumindest ziemlich nahe kommen. Ich will drag my leg behind me. Ich will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision. I'm running out of painkillers and I'm following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. Da steht die Person. Nein, ich will da hin. Ich will da hoch. Soll wohl nicht sein. Nein, ich will da hin. Ich habe angefangen meine Voyage in a paper boat without a bottom. Ich will fly to the moon in it. Ich habe mich in eine Kreese in Zeit, eine Weakness in die Schiefe von Leben. Jetzt hast du auf die andere Seite des Papiers zu mir. Ich kann sehen, dass du deine Träsen in die Klinge in die Fibre socken, die Pult vegetationen. Wenn wir Wasserloch werden, und die Klinge disintegrieren, wir werden intermängelte. Wenn dieses Papier-Aeroplane leaves die Cliff-Edge, und carft parallel Vapor-Trails in die Dark, wir werden zusammenkommen. Das ist weg, würde ich mal sagen. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Wenn nur Donnelly hat das erlebt, er hätte das Gefühl, dass er sein eigenes Shoreline ist, wie ich. Als ich bin dieser Islander geworden bin, ist er sein Syphilis, um die Blöden-Synäpsis, die Stöhne, die Infection zu haben. Achtet ihr euch im Vorfall? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Goodbye Sanford, Goodbye Cromer, Goodbye Damascus This cliff path is slippery in the dew It is hard to climb with such an infection I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial I must become infused with the very air I must become infused with the very air I don't think it's good I don't think it's really good I don't think it's really good Danger Irgendwie ist es doch ein wenig fesselnd I don't think it's really good He was not drunk, Esther He was not drunk at all He had not drunk with Donnelly or Spat Jakobsen back at the scene He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact His windscreen was not stars studded all over like a map of the heavens His paintwork etched with circuit diagrams Strange fish to call the gulls away The phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus Thank you so much for the inspirations and for those who have been on stage Yeah, please If you haven't occurred, there has been 100% of the funds that arbeitet as well If you haven't heard about Phoebe And now thank you so much for watching This is an example of aarrfoxian Da steht jemand. Hier noch gute. Oh mein Gott. Wird sich ja, denke ich, mal gleich aufklären. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I can draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn to you. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. What do you think? What do you do? Musik 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 Das war's. Ja. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut.